Gründen in Wien ist die größte Veranstaltung für heimische Startups. Also man bekommt ganz viel Unterstützung, das haben wir auch bekommen. Wir beraten, also Förderungslandschaft ist gut und man findet auch viele qualifizierte Mitarbeiter. Ein Highlight des Tages die Startup Jobmesse. Es sind viele attraktive Arbeitgeber hier und ich glaube, dass es viele Leute gibt in Wien, die nach coolen Jobs suchen. Ein Blick hinter die Kulissen. Die Welt der jungen Unternehmen hautnah erleben. Coworking Spaces, Hubs, Startups, Förderstellen, Unis und FHs. Sie alle öffnen ihre Türen und gestalten einen ganzen Tag lang Programm direkt vor Ort. Wir sind ja bei uns vorbeigekommen im Office und wir haben in so eine gute halbe Stunde gezeigt, was wir machen. Mitmachen, mitdiskutieren und kennenlernen. Es zeigt einfach den Leuten, was in Österreich und Wien alles machbar ist und wie viele gute Ideen dabei rauskommen. Gründen in Wien Gründen in Wien Gründen in Wien Gründen in Wien ボfer